Hanno Pöschel ist ein österreichischer Schauspieler und Gastronom. Leben Pöschel wuchs in Wien auf und schloss eine Konditorlehre ab. Anschließend arbeitete er als Wagenwäscher, Automechaniker, Vertreter, Asphaltierer, Kerzenerzeuger, Chauffeur bei einer Speditionsfirma und im Weinbau. Er besuchte die Schauspielschule Lammertoffer und arbeitete als Regieassistent beim Circus Roncalli. Dort war er kurzzeitig auch als Artist beschäftigt. Sein Debüt als Schauspieler gab er am Ensemble Theater Wien. Danach gastierte er am Akademietheater Wien, am Schauspielhaus Wien und in München. Ab 1992 war er unter Klaus Peimann am Wiener Burgtheater engagiert. Seine Antrittsrolle war der Fiskör in Ferenc Molnars, Lilium, an der Seite von Karl-Heinz Hackel in der Inszenierung von Paulus Manka. Er arbeitete dort in der Folge U. A. mit Regisseuren wie Frank Kastorf, Konstanze Lauterbach und Karl-Heinz Hackel. Seit 1974 am Schauspielhaus Wien engagiert, erhielt er 1979 seine erste große Filmrolle in Maximilian Schells Filmgeschichten aus dem Wiener Wald. Seit den 1980er Jahren wurde er in vielen deutschen Fernsehproduktionen besetzt, wobei er häufig Größen der Halbwelt verkörperte. 1987 hatte er einen Gastauftritt im James-Bond-Film Der Hauch des Todes, 1995 auch eine Gastrolle im US-Film Before Sunrise. Von 1997 bis 2006 spielte er den allseits gut gelaunten Mechaniker Max in der RTL-Serie Medicopter 117 und war dort zusammen mit Serge Falk als einziger bis zur letzten Folge dabei. Im Jahr 2000 spielte er in einer Folge der Serie Der Bulle von Tölz den Volksmusikstar Tony Gordon, der in dieser Folge das Mordopfer darstellt. 2008 spielte er eine wichtige Nebenrolle in Revanche. Pöschel betreibt seit 1976 das Kaffeehaus »Kleines Kaffee« im Zentrum von Wien und zudem seit 2000 mit seiner Frau Andrea Kara das Restaurant »Pöschel«. Inzwischen hat er sich weitestgehend von der Schauspielerei zurückgezogen und konzentriert sich auf die Gastronomie.